Hi! Wir sind wieder da für euch. Wir sind die DDC! Und wir dachten uns, es wird mal wieder Zeit für ein neues Fake-Video! Denn wir waren gerade eben beim Training mit ein paar geile Faces dabei. Raffi ist voll auf die *** geflogen. Eigentlich jeder von uns interessiert. Deswegen haben wir uns gedacht, wir zeigen euch jetzt auch mal wieder ein paar geile Faces. Und haben einen Zusammenschnitt gemacht. Und viel Spaß! Mein Leber, React für dich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Uns interessiert wieder brennend, welcher Fail euch am besten gefallen hat, wer am spekulärsten war, wer am witzigsten war, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns über eure Kommentare. Kleine Ratnotiz, es ist natürlich nichts passiert. Wir sind alle gefüllt, alle gesund. Aber ein bisschen weh an's Show. In der Beschreibung und am Ende vom Video findet ihr noch unsere anderen Fail-Videos. Und den Link zu unserer Show, bitte zum Tickets von unserer Show Breaking Mozart. Denn wir spielen die Show noch ein paar Mal in verschiedenen Städten und vielleicht kommt ihr ja auch mal vorbei. Solltet ihr nicht verpassen. Wir freuen uns auch auf euch. Kommt vorbei. Lasst ein Abo da. Michi freut sich auch auf euch. Unbedingt. Ist du in der Show Breaking Mozart nicht Oberkörper frei? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis nächste Woche und ciao. Servus. Ade. Peace. Bye bye. Woohoo.